Hallo und herzlich willkommen hier bei einem kleinen Unboxing. Da drin befindet sich eine PS4, also sollten wir das ganze etwas vorsichtig aufmachen. Dazu nehmen wir dieses schöne Messer. Manchmal sind diese Kartons ein wenig widerstandsfähig, deshalb sollte man vielleicht zu sowas greifen. Jedenfalls, das Ganze sollte dann irgendwie so aussehen in der Richtung. Natürlich muss das auch noch aufgemacht werden. Das machen wir auch auf die gleiche Art und Weise. Ran an den Speck. So, und das Endprodukt, Endpakt sieht dann so aus. Was damit geletzplayed werden soll, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.